Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com Eins Um Personen Pessoas Ich Ich und du Wir beide Er Er und sie Sie beide Der Mann Die Frau Das Kind Eine Familie Meine Familie Meine Familie ist hier A minha Familie ist hier Ich bin hier Eu estou hier Du bist hier Er ist hier Und sie ist hier Und sie ist hier Er ist hier Und sie ist hier Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 2 2 2 Familie Familie Der Großvater O Avô Die Großmutter Er und sie 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 Der Bruder Der Bruder Die Schwester Die Schwester Er und sie 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 Wir sind eine Familie Nós Somos Una Familie Die Familie Ist nicht Klein A Familie Não E Pequena Die Familie Ist Groß A família é grande. Fifty Languages Drei Três Kennenlernen Conhecer Hallo Olá, alô Guten Tag Bom dia Wie geht's? Como vai? Comen Sie aus Europa? Você é da Europa? Comen Sie aus Amerika? Você é da América? Comen Sie aus Asien? Você é da Asia? Em que hotel você vive? Em que hotel você vive? Comen Sie aus Europa? Gefällt es Ihnen hier? Gosta disto aqui? Machen Sie hier Urlaub? Está passando férias aqui? Besuchen Sie mich mal. Visite-me um dia. Hier ist meine Adresse. Aqui está a minha morada. Sehen wir uns morgen? Vêmonos amanhã? Tut mir leid. Ich habe schon etwas vor. Lamento, mas já tenho planos. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Até a próxima. Bis bald. Até breve. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com Wir sind in der Schule. Nós estamos na escola. Wir haben unterricht. Nós temos aulas. Das sind die Schüler. Estes são os alunos. Das ist die Lehrerin. Esta é a professora. Das ist die Klasse. Esta é a turma. Was machen wir? O que fazemos? Wir lernen. Nós aprendemos. Wir lernen eine Sprache. Nós aprendemos uma língua. Ich lerne Englisch. Eu aprendo Inglês. Du lernst Spanisch. Você aprende Espanhol. Er lernt Deutsch. Ele aprende Alemão. Eles, elas aprendem Russo. Sprachen Lernen ist Interessante. Aprender Línguas é muito interessante. Wir wollen Menschen verstehen. Nós queremos entender pessoas. Wir wollen mit Menschen sprechen. Nós queremos falar com pessoas. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 languages. 50 languages. 5 5 Länder und Sprachen Países e Línguas. John ist aus London. João é de Londres. London liegt in Großbritannien. Londres fica na Gran Bretanha. Er spricht Englisch. Ele fala Inglês. Maria ist aus Madrid. Maria é de Madrid. Madrid liegt in Spanien. Madrid fica na Espanha. Sie spricht Spanisch. Ela fala Espanhol. Peter und Marta sind aus Berlin. Pedro e Marta são de Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Berlin fica na Alemanha. Sprecht ihr beide Deutsch? Vocês dois falam Alemão? London ist eine Hauptstadt. Londres é uma capital. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid e Berlin também são Capitais. Die Hauptstädte sind groß und laut. As Capitais são grandes e barulhentas. Frankreich liegt in Europa. A França fica na Europa. Ägypten liegt in África. O Egito fica na África. Japan liegt in Asien. O Japão fica na Ásia. Kanada liegt in Nord-Amerika. O Canadá fica na América do Norte. Panama liegt in Mittel-Amerika. O Panama fica na América Central. Brasilien liegt in Südamerika. O Brasil fica na América do Sul. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com 6 6 Lesen und Schreiben Ler e Escrever Ich lese Eu leio Ich lese einen Buchstaben. Eu leio uma letra. Ich lese ein Wort. Eu leio uma palavra. Ich lese einen Satz. Eu leio uma frase. Ich lese einen Brief. Eu leio uma carta. Ich lese ein Buch. Eu leio un livro. Ich lese... Eu leio. Du liest... Você lê... Er liest... Ele lê... Ich schreibe... Eu escrevo... Ich schreibe einen Buchstaben. Eu escrevo uma letra. Ich schreibe... Ich schreibe ein Wort. Eu escrevo... ...uma palavra. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe... ...uma frase. Ich schreibe... Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe. Du schreibst. Du schreibst. Er schreibt. Er schreibt. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages Sieben Sete Zahlen Números Ich zähle. Eu conto. Eins, zwei, drei Ich zähle bis drei Ich zähle weiter Eu continuo contando. 4, 5, 6 4, 5, 6 Sieben 1, 8, 9 7, 8, 9 Ich zähle. Ich zähle. Du zählst. Você conta. Er zählt. Er zähle. Er zähle. Er zähle. Er zähle. Eins, der erste 4. Der vierte 5. Der fünfte 6. Der sechste 6. O sexto 7. Der siebte 7. O sétimo 8. Der achte 8. O oitavo 9. O oitavo 9. Der neunte 9. O nono 9. A hora 10. Entschuldigen Sie 10. Desculpe 10. Wie viel Uhr ist es bitte? 10. Que horas são, por favor? 11. Danke vielmals 11. Muitissimo obrigado 11. Obrigada 11. Es ist ein Uhr 11. É uma hora 11. Es ist zwei Uhr 11. São duas horas 11. Es ist drei Uhr 11. São três horas 11. Es ist vier Uhr 11. São quatro horas 11. Es ist fünf Uhr 11. São cinco horas 11. Es ist sechs Uhr 11. São seis horas 11. Es ist sieben Uhr 11. São sete horas 11. Es ist vier Uhr 11. Es ist fünf Uhr 11. É uma hora 11. Es ist sechs Uhr 11. Es ist fünf Uhr 11. Es ist sua 11. É uma hora 11. São cinco horas 11. É uma hora 11. É uma hora Es ist zwölf Uhr. Eine Minute hat sechzig Sekunden. Ein Minuto hat sechzig Sekunden. Eine Stunde hat sechzig Minuten. Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden. Ein Tag hat vinte und quattro horas. Neun Wochentage Der Montag Der Dienstag Der Mittwoch Der Donnerstag A Quinta-Feira Der Freitag A Sexta-Feira Der Samstag O Sábado Der Sonntag O Domingo Die Woche A Semana Von Montag bis Sonntag Da Segunda-Feira A Domingo Der erste Tag Ist Montag O Primeiro Dia É A Segunda-Feira Der zweite Tag Ist Dienstag O Segundo Dia O Segundo Dia É A Terça-Feira Der dritte Tag Ist Mittwoch O Terceiro Dia É A Quarta-Feira Der vierte Tag Ist Donnerstag O Quarto Dia É A Quinta-Feira Der fünfte Tag Ist Freitag O Quinto Dia O Quinto Dia É A Sexta-Feira Der Sexte Tag Ist Samstag O Sexto Dia É O Sábado Der Siebte Tag Ist Sonntag O Sétimo Dia É O Domingo Die Woche Hat Sieben Tage A Semana Tem Sete Dias Wir Arbeiten Nur Fünf Tage Só Trabalhamos Cinco Dias Fifty Languages Zehn Days Gestern Heute Morgen Morgen Ontem Hoje Amanhã Gestern War Samstag Ontem Foi Sábado Gestern War Ich Im Kino Ontem Estive No Cinema Der Film War Interessant O Filme Foi Interessante Heute Heute Ist Sonntag Hoje É Domingo Heute Arbeite Ich Nicht Hoje Não Trabalho Ich Bleibe Zu Hause Eu Fico Em Casa Morgen Morgen Montag Amanhã É Segunda Feira Morgen Arbeite Ich Wieder Amanhã Volto A Trabalhar Ich Arbeite Im Büro Eu Trabalho No Escritório Wer Ist Das? Quem É Este? Das Ist Peter Este É O Pedro Peter Ist Student Pedro Estudante Wer Ist Das? Quem É? Das Ist Marta É A Marta Marta Ist Secretärin Marta É Secretaria Peter Peter und Marta Sind Freunde Pedro e Marta São Amigos Peter ist der Freund von Marta Pedro É o Amigo da Marta Marta ist die Freundin von Peter Marta é a amiga do Pedro Fifty Languages Elf Onsi Monate Meses Januar Janneiro Februar Fevereiro März Marzo April Mai Juni Junho Das sind sechs Monate Isto são seis meses Januar Februar März Janeiro Fevereiro Marzo April Mai und Juni Abriu Maio Junho Der Juli Julio Der August Agosto Der September Setembro Der Oktober Outubro Outubro Der November Novembro Der Dezember Dezembro Das sind auch sechs Monate Isto também são seis meses Juli August September Julio Agosto September Oktober November und Dezember Outubro Novembro Dezembro und Dezembro Fifty Languages Zwölf Dosi Getränke Bebidas Ich trinke Tee Ich trinke Kaffee Ich trinke Mineralwasser Ich trinke Mineralwasser Ich trinke Mineralwasser Ich trinke Mineralwasser Trinkst du Tee mit Zitrone? Você bebe Chá con Limão? Trinkst du Kaffee mit Zucker? Você bebe Kaffee con Azúcar? Trinkst du Wasser mit Eis? Você bebe Agua con Gelo? Hier ist eine Party Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Wein und Bier. Trinkst du Alkohol? Trinkst du Whisky? Trinkst du Cola mit Rum? Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Wein. Ich mag kein Bier. Das Baby mag Milch. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. A mulher gosta de suco de laranja e de suco de toranja. Fifty Languages Drei Zehn Treze Tätigkeiten Atividades Was macht Marta? O que faz a Marta? Sie arbeitet im Büro. Ela trabalha no escritório. Sie arbeitet am Computer. Ela trabalha no computador. Wo ist Marta? Onde está Marta? Im Kino. No cinema. Sie schaut sich einen Film an. Ela vê un filme. Was macht Peter? O que faz Pedro? Er studiert an der Universität. Ele estuda na Universidade. Er studiert Sprachen. Ele estuda Línguas. Wo ist Peter? Onde está o Pedro? Im Café. No café. Er trinkt café. Ele bebe café. Wohin gehen sie gern? Para onde eles gostam de ir? Ins concert. Ao concerto. Sie hören gern Musik. Eles gostam de ouvir música. Wohin gehen sie nicht gern? Para onde eles não gostam de ir? In die Disco. A discoteca. Sie tanzen nicht gern. Eles não gostam de dançar. Der Schnee ist weiß. 50 Languages A neve é branca. Die Sonne ist gelb. O Sol é amarelo. Die Orange ist orange. A Laranja é de cor de laranja. Die Kirche. Die Kirche ist rot. A cereja é vermelha. Der Himmel é azul. O céu é azul. Das Gras é vermelha. Das Gras é grün. A relva é verde. Die Erde. Die Erde ist braun. A terra é marron. Die Wolke ist grau. A nuvem é cinzenta. Die Reifen sind schwarz. Os pneus são pretos. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Weiß. De que cor é a neve? Branca. Welche Farbe hat die Zone? Gelb. De que cor é o Sol? Amarelo. Welche Farbe hat die Orange? Orange. De que cor é a laranja? Cor de laranja. Welche Farbe hat die Kirche? Rot. De que cor é a cereja? Vermelha. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. De que cor é o céu? Azul. Welche Farbe hat das Gras? Grün. De que cor é a relva? Verde. Welche Farbe hat die Erde? Braun. De que cor é a terra? Marron. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. De que cor é a nuvem? Cinzenta. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. De que cor são os pneus? Pretos. Fifty Languages. Fifty Languages. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Sandwich. Ich esse einen Sandwich mit Margarine. Ich esse einen Sandwich mit Margarine und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Nós precisamos de cenouras und Tomates für die Suppe. Wo ist ein Supermarkt? Onde ist ein Supermarkt? 50 Languages Das sind die Jahreszeiten. Estas sind die Jahreszeiten. Estas sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer. A Primavera, o Verão. Der Herbst und der Winter. O Outono, o Inverno. Der Sommer ist heiß. O Verão ist quente. Im Sommer schneit oder regnet es. No inverno neva ou chove. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. No inverno gostamos de ficar em casa. Es ist kalt. Está frio. Es regnet. Está chovendo. Es ist windig. Está ventando. Está ventando. Es ist warm. Está calor. Es ist sonig. Está sol. Es ist heiß. Está bom tempo. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt heute. Hoje está frio. Es ist warm heute. Hoje está calor. schon. Es ist warm. Es ist warm. Hier ist unser Haus. Aqui está a nossa casa. Oben ist das Dach. Encima está o telhado. Unten ist der Keller. Embaixo está o porão. Hinter dem Haus ist ein Garten. Atrás da casa há um Quintal. Vor dem Haus ist keine Straße. À frente da casa não há nenhuma estrada. Neben dem Haus sind Bäume. Au lado da casa há árvores. Hier ist meine Wohnung. Aqui está o meu apartamento. Hier ist die Küche und das Bad. A cozinha e o banheiro estão aqui. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. A sala de estar e o quarto de dormir estão aqui. Die Haustür ist geschlossen. A porta da casa está fechada. Aber die Fenster sind offen. Mas as janelas estão abertas. Es ist heiß heute. Hoje está calor. Wir gehen in das Wohnzimmer. Nós vamos para a sala de estar. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Ali há um Sofá e uma Poltrona. Setzen Sie sich. Dort steht mein Computer. Ali está o meu computador. Dort steht meine Stereoanlage. Ali está o meu aparelho de som. Der Fernseher ist ganz neu. A televisão é nova. 50 Languages 18 18 Hausputz Limpeza da casa Heute ist Samstag. Hoje é Sábado. Heute haben wir Zeit. Heute putzen wir die Wohnung. Hoje vamos limpar a casa. Ich putze das Bad. Eu limpo o banheiro. Mein Mann wäscht das Auto. O meu marido lava o carro. Die Kinder putzen die Fahrräder. As crianças lavan as bicicletas. Oma gießt die Blumen. A avó rega as flores. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. As crianças arrumam o quarto das crianças. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. O meu marido arruma o seu escritório. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Eu estou pondo a roupa na máquina de lavar. Ich bügele die Wäsche. Ich bügele die Wäsche. Eu estou passando a roupa. Die Fenster sind schmutzig. As janelas estão sujas. Der Fußboden ist schmutzig. O chão está sujo. Das Geschirr ist schmutzig. A louça está suja. Wer putzt die Fenster? Quem limpa os vidros? Wer saugt Staub? Quem aspira? Wer spürt das Geschirr? Wer laufe? Wer laufe? 50 Languages Neunzehn Dezenove In der Küche Na Cozinha Hast du eine neue Küche? Você tem uma cozinha nova? Was willst du heute kochen? O que você quer cozinhar hoje? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Você cozinha com um fogão elétrico ou com um fogão a Gas? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Devo cortar as cebolas? Soll ich die Kartoffeln schälen? Devo descascar as batatas? Soll ich den Salat waschen? Devo lavar a salada? Wo sind die Gläser? Onde estão os copos? Wo ist das Geschirr? Onde está a louça? Wo ist das Besteck? Onde estão os talheres? Hast du einen Dosenöffner? Você tem um abridor de latas? Hast du einen Flaschenöffner? Você tem um abridor de garrafas? Hast du einen Korkenzieher? Você tem um sacco de rolias? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Você cozinha a sopa nesta panela? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Você frita o Peixe nesta frigideira? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Você assa os legumes nesta grelha? Ich decke den Tisch. Eu ponho a mesa. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Aqui estão as Facas, os Garfos e as Colheres. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Aqui estão os Copos, os Pratos e os Guardanapos. 50 Languages 20 20 Small Talk 1 Conversa 1 Machen Sie es sich bequem. Fique à vontade. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Sinta-se em casa. Was möchten Sie trinken? O que quer beber? Lieben Sie Musik? Gosta de música? Ich mag Klassische Musik. Ich mag Klassische Musik. Eu gosto de Musik Klassica. Hier sind meine CDs. Aqui estão os meus CDs. Spielen Sie ein Instrument? Você toca um Instrumento? Hier ist meine Gitarre. Aqui está a minha Gitarra. Singen Sie gern? Você gosta de cantar? Haben Sie Kinder? Você tem filhos? Haben Sie einen Hund? Você tem um Cão? Haben Sie eine Katze? Você tem um Gato? Hier sind meine Bücher. Aqui estão os meus livros. Ich lese gerade dieses Buch. Eu estou lendo este livro. Was lesen Sie gern? O que é que você gosta de ler? Gehen Sie gern ins Konzert? Você gosta de ir ao Konzert? Gehen Sie gern ins Theater? Você gosta de ir ao Konzert? O que é que você gosta de ir ao Konzert? Gehen Sie gern in the Oper? Você gosta de ir à Oper? 50 Languages Einundzwanzig Vintiun Smalltalk zwei Conversa dois Woher kommen Sie? De onde você vem? Aus Basel Basel liegt in der Schweiz Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Er ist Ausländer Er spricht mehrere Sprachen Ele fala várias línguas Sind Sie zum ersten mal hier? Esta é a sua primeira vez aqui? Nein, ich war schon letztes Jahr hier Não, já estive aqui no ano passado Aber nur eine Woche lang Mas, só por uma semana Wie gefällt es Ihnen bei uns? Você gosta daqui? Sehr gut, die Leute sind nett Gosto muito As pessoas são muito simpáticas Und die Landschaft gefällt mir auch Und die Landschaft gefällt mir auch E também gosto da Paisagem Was sind Sie von Beruf? Qual é a sua Profissão? Ich bin Übersetzer Ich übersetze bücher. Sind Sie allein hier? Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. 50 Languages 22 22 Small talk 3 Conversa 3 Rauchen Sie? Você fuma? Früher, ja. Antigamente, sim. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Mas agora, ja não fumo. Stört es Sie, wenn ich rauche? Você se incomoda, se eu fumar? Nein, absolut nicht. Não, absolutamente. Das stört mich nicht. Isto não me incomoda. Trinken Sie etwas? Bebe alguma coisa? Einen Cognac? Un Cognac? Nein, lieber ein Bier. Não, prefiro uma cerveja. Reisen Sie viel. Você viaja muito? Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Sim. Sobretudo, são viagens de negócio. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Mas, agora, estamos aqui de férias. Was für eine Hitze. Que calor! Ja, heute ist es wirklich heiß. Sim. Hoje realmente está muito calor. Gehen wir auf den Balkon. Vamos para a varanda. Morgen gibt es hier eine Party. Amanhã vai acontecer uma festa aqui. Kommen Sie auch? Você também vem? Ja, wir sind auch eingeladen. Sim, também fomos convidados. 50 Languages Drei und zwanzig. 23 Fremdsprachen lernen. Aprender línguas estrangeiras. Wo haben Sie Spanisch gelernt? Onde você aprendeu o Espanhol? Können Sie auch Portugiesisch? Você também fala Português? Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Sim, und ich kann auch etwas Italienisch. Ich finde Sie sprechen sehr gut. Ich finde Sie sprechen sehr gut. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. As línguas são bastante semelhantes. Ich kann sie gut verstehen. Eu percebo-as bem. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Mas, falar e escrever é difícil. Ich mache noch viele Fehler. Eu ainda cometo muitos erros. Bitte korrigieren Sie mich immer. Por favor, corrija-me sempre. Ihre Aussprache ist ganz gut. A sua pronúncia é muito boa. Sie haben einen kleinen Akzent. Você tem um pequeno sotaque. Man erkennt, woher Sie kommen. Nota-se de onde você vem. Was ist Ihre Muttersprache? Qual é a sua língua materna? Machen Sie einen Sprachkurs? Você está fazendo um curso de línguas? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Qual é o material de ensino que você usa? Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Eu não sei de momento, como isso se chama. Mir fällt der Titel nicht ein. Não me lembro do título. Ich habe das vergessen. Eu me esqueci disso. 50 Languages 24 24 Verabredung Encontro Hast du den Bus verpasst? Você perdeu o ônibus? Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Eu esperei meia hora por você. Hast du kein Handy bei dir? Não tem um celular com você? Sei das nächste Mal pünktlich. Da próxima vez Seja pontual. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Da próxima vez Pegue um Taxi. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Da próxima vez Leve um Guarda-Chuva. Morgen habe ich frei. Amanhã estou de folga. Wollen wir uns morgen treffen? Vamos nos ver amanhã? Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Lamento, mas amanhã não posso hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Você já tem planos para este fim de semana? Oder bist du schon verabredet? Ou você já tem um encontro? Ich schlage vor wir treffen uns am Wochenende. Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana. Wollen wir picnick machen? Vamos fazer um picnick? Wollen wir an den Strand fahren? Vamos à praia? Wollen wir in die berge fahren? Vamos à montanha? Ich hole dich vom Büro ab. Eu vou te buscar no escritório. Ich hole dich von zu Hause ab. Eu vou te buscar na sua casa. Ich hole dich an der bus haltestelle ab. Eu vou te buscar no ponto de ônibus. Fifty Languages 25 25 In der Stadt Na cidade Ich möchte zum Bahnhof. Gostaria de ir à esta ferroviária. Ich möchte zum flughafen. Gostaria de ir ao aeroporto. Ich möchte ins Stadt Centrum. Gostaria de ir ao centro. Wie komme ich zum Bahnhof? Como chego à estação? Wie komme ich zum flughafen? Como chego ao aeroporto? Wie komme ich ins Stadt Centrum? Como chego ao centro? Ich brauche ein taxi. Eu preciso de um taxi. Ich brauche einen Stadtplan. Eu preciso de um mapa. Ich brauche ein hotel. Eu preciso de um hotel. Ich möchte ein auto mieten. Gostaria de alugar um carro. Hier ist meine kredit karte. Aqui está o meu cartão de crédito. Hier ist mein führerschein. Aqui está a minha carteira de habilitação. Was gibt es in der Stadt zu sehen? O que há para se ver na cidade? Gehen sie in die Altstadt. Va ao centro histórico da cidade. Machen sie eine Stadt rund fahrt. Va fazer un passeio pela cidade. Gehen sie zum Hafen. Va ao Porto. Machen sie eine Hafen rund fahrt. Va fazer un passeio pelo Porto. Welche sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Que atrações turísticas há mais? Fifty Languages Sechs und zwanzig Vint Sechs In der Natur Na Natureza Siehst du dort den Turm? Você está vendo a torre? Siehst du dort den berg? Você está vendo a montanha? Siehst du dort das Dorf? Você está vendo a aldeia? Siehst du dort den fluss? Você está vendo o rio ali? Siehst du dort die brücke? Você está vendo a ponte ali? Siehst du dort den see? Você está vendo o lago ali? Der vogel da gefällt mir. Eu gosto daquele pássaro ali. Der baum da gefällt mir. Eu gosto daquela árvore ali. Der stein hier gefällt mir. Eu gosto desta pedra aqui. Der park da gefällt mir. Eu gosto daquele parque ali. Der garten da gefällt mir. Eu gosto daquele jardin ali. Die blume hier gefällt mir. Eu gosto desta flor aqui. Ich finde das hübsch. Eu acho isto bonito. Ich finde das interessant. Eu acho isto interessante. Ich finde das wunderschön. Eu acho isto maravilhoso. Ich finde das hässlich. eu acho isto feio. Ich finde das langweilig. Eu acho isto chato. Ich finde das furtbar. Eu acho isto horrível. Fifty languages. 27 27 Im hotel Ankunft No hotel Chegada Haben Sie ein cimmer frei? Você tem um quarto livre? Ich habe ein zimmer reserviert. Eu reservei um quarto. Mein Name ist Müller. O meu nome é Müller. Ich brauche ein einzel zimmer. Eu preciso de um quarto simples. Ich brauche ein doppel zimmer. Eu preciso de um quarto duplo. Wie viel kostet das zimmer pro nacht? Quanto custa o quarto por uma noite? Ich möchte ein zimmer mit bad. Gostaria de um quarto con banheiro. Ich möchte ein zimmer mit dusche. Gostaria de un quarto con chuveiro. Kann ich das zimmer sehen? Posso ver o quarto? Gibt es hier eine garage? Há uma garagem aqui? Gibt es hier einen safe? Gibt es hier ein fax? Há un fax aqui? Gut ich nehme das zimmer. Está bem eu fico con quarto. Hier sind die schlüssel. Aqui estão as chaves. Hier ist mein gepäck. Aqui está a minha bagagem. Um wie viel Uhr gibt es frühstück? A que horas é o café da manhã? Um wie viel Uhr gibt es Mittag Essen? A que horas é o almoço? Um wie viel Uhr gibt es Abend Essen? A que horas é o jantar? 50 languages 8 28 28 Im Hotel Beschwerden No Hotel Reklamações Die Dusche funktioniert nicht. O chuveiro não funciona Es kommt kein warmes Wasser Não há água quente Können Sie das reparieren lassen? Pode consertar isto? Es gibt kein Telefon im Zimmer Não há Telefone no quarto Es gibt keinen Fernseher im Zimmer Não há Televisão no quarto Das Zimmer hat keinen Balkon O quarto não tem varanda Das Zimmer ist zu laut O quarto é muito barulhento Das Zimmer ist zu klein O quarto é muito pequeno Das Zimmer ist zu dunkel O quarto é muito escuro Die Heizung funktioniert nicht O aquecimento não funciona Die Klimaanlage funktioniert nicht O ar condicionado não funciona Der Fernseher ist kaputt A televisão não funciona Das gefällt mir nicht Eu não gosto Das ist mir zu teuer É muito caro Haben Sie etwas billigeres? Tem alguma coisa mais barata? Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge? Existe algum albergue aqui perto? Gibt es hier in der Nähe eine pension? Existe alguma pensão aqui perto? Gibt es hier in der Nähe ein restaurant? Existe algum restaurante aqui perto? Existe 50 languages 29 29 im restaurant 1 no restaurante 1 Is der Tisch frei? A mesa está livre? Ich möchte bitte die speise karte Gostaria de ver o cardápio por favor Was können sie empfehlen? O que é que você me recomenda? Ich hätte gern ein beer Gostaria de uma cerveja Ich hätte gern ein mineral Wasser Eu quero uma água mineral Ich hätte gern einen orangensaft Eu quero um suco de laranja Ich hätte gern einen café Eu quero um café Ich hätte gern einen café mit milch Eu quero café mit leite Mit zucca bitte Com açúcar por favor Ich möchte einen tee Eu quero um chá Ich möchte einen tee mit citrone Eu quero um chá com limão Ich möchte einen tee mit milch Eu quero um chá con leite Haben Sie Zigaretten? Você tem cigarros? Haben Sie einen aschenbecher? Você tem um cinzeiro? Haben Sie Feuer? Você tem um isqueiro? Mir fehlt eine gabel Falta un garfo Mir fehlt ein Messer Falta uma faca Mir fehlt ein löffel Falta uma colher Fifty Languages 30 30 Im Restaurant 2 No Restaurante 2 Einen Apfelsaft bitte Un suco de maçã por favor Eine limonade bitte Uma limonada por favor Einen tomatensaft bitte Un suco de tomate por favor Ich hätte gern ein Glas Rot Wein Eu quero un copo de Vinho tinto Ich hätte gern ein Glas Weiß Wein Eu quero un copo de Vinho branco Ich hätte gern eine flasche Sekt Eu quero una garrafa de espumante Magst du Fisch? Você gosta de Peixe? Magst du Rindfleisch? Você gosta de carne de boi? Magst du Schweine Fleisch? Você gosta de carne de porco? Ich möchte etwas ohne Fleisch Eu quero alguma coisa sem carne Ich möchte eine gemüse plate Eu quero un prato de legumes Ich möchte etwas was nicht lange dauert Eu quero alguma coisa que não demore muito Möchten Sie das mit Reis? Quer isto con arroz? Möchten Sie das mit Nudeln? Quer isto con Maçã? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Quer isto con batatas? Das schmeckt mir nicht Não gosto disto Das Essen ist kalt A comida está fria Das habe ich nicht bestellt Não pedi isto Fifty languages Ein und dreißig Trinta yun Im restaurant drei No restaurante tres Ich möchte eine vorspeise Ich möchte eine entrada Ich möchte einen salat Ich möchte eine salada Ich möchte eine sopa Ich möchte eine sopa Ich möchte einen nachtisch Ich möchte eine sobremesa Ich möchte ein ice mit sahne Ich möchte ein sorvete mit chantilly Ich möchte obst oder käse Ich möchte fruta oder queijo Wir möchten frühstücken Queremos tomar o café da manhã Wir möchten zu Mittag essen Queremos almoçar Wir möchten zu Abend essen Queremos jantar Was möchten Sie zum frühstück O que quer para o café da manhã Brötchen mit marmelade und honig Pão con geleia e mel Toast mit wurst und käse Pão torrado com presunto e queijo ein gekochtes ei um ovo cozido ein spiegel ei um ovo estrelado ein omelette bitte noch einen yoghurt mais um yoghurt por favor bitte noch salz und pfeffer mais sal e pimenta por favor bitte noch ein glas Wasser mais um copo com água por favor 50 languages Zwei und dreißig Trinta e dois Im Restaurant, vier No Restaurante, quatro Einmal Pommes frites mit ketchup Uma porção de batatas fritas com ketchup Und zweimal mit Mayonnaise E duas porções com Mayonnaise Und dreimal Bratwurst mit Senf E três Salsichas grelhadas com Mostarda O que tem de legumes? Haben Sie Bohnen? Tem Feijão? Tem Blumenkohl? Tem Koufiflor? Ich esse gern Mais Eu gosto de Milho Ich esse gern Gurken Eu gosto de Pepinos Ich esse gern Tomaten Eu gosto de Tomates Essen Sie auch gern Lauch? Você também gosta de Alho Francês? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Você também gosta de Chucrute? Essen Sie auch gern Linsen? Você também gosta de Lentilhas? Isst du auch gern Carotten? Você também gosta de Cenouras? Isst du auch gern Brócoli? Você também gosta de Brócolis? Isst du auch gern Paprika? Você também gosta de Pimentão? Ich mag keine Zwiebeln Eu não gosto de Cebolas Ich mag keine Oliven Eu não gosto de Azeitonas Ich mag keine Pilze Eu não gosto de Cogumelos Fifty Languages Dreiunddreißig Trinta e Três Im Bahnhof Na Estação Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Quando sai o próximo trem para Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Quando sai o próximo trem para Paris? Wann fährt der nächste Zug nach London? Quando sai o próximo trem para Londres? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Varschau? A que horas vai o trem para Varsóvia? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? A que horas vai o trem para Budapest? Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid? Eu quero um bilhete para Berna Wann kommt der Zug in Wien an? Quando chega o trem a Viena? Wann kommt der Zug in Moskau an? Quando chega o trem a Moscou? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Quando chega o trem a Amsterdão? Muss ich umsteigen? Preciso trocar von welchem Gleis fährt der Zug ab? De que estação sai o trem? Gibt es schlafwagen im Zug? O trem tem vagão leito? Ich möchte nur die hinfahrt nach Brüssel. Eu só quero uma passagem de ida e volta para Bruxelas. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Copenhagen. Eu quero uma passagem de volta para Copenhagen. Was kostet ein Platz im schlafwagen? Quanto custa um lugar no vagão leito? Fifty Languages Vierunddreißig Trinta y Quatro Im Zug No train Ist das der Zug nach Berlin? Este é o trem para Berlin? Wann fährt der Zug ab? Quando parte o trem? Wann kommt der Zug in Berlin an? Quando chega o trem a Berlin? Verzeihung Darf ich vorbei? Com licença posso passar? Ich glaube das ist mein Platz. Eu acho que este é o meu lugar. Ich glaube sie sitzen auf meinem Platz. Eu acho que você está sentado no meu lugar. Wo ist der schlafwagen? Onde está o vagão leito? Der schlafwagen ist am ende des zuges. O vagão leito está no final do trem. Und wo ist der speisewagen? Am Anfang E onde é o vagão restaurante? No princípio Kann ich unten schlafen? Posso dormir embaixo? Kann ich in der Mitte schlafen? Posso dormir no meio? Kann ich oben schlafen? Posso dormir em Wann sind wir an der Grenze? Quando chegamos à fronteira? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Quanto tempo leva a viagem para Berlin? Hat der Zug verspätung? O train está atrasado. Haben Sie etwas zu lesen? Tem alguma coisa para ler? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Tem aqui alguma coisa para comer e beber? Würden Sie mich bitte um sieben uhr wecken? Pode me acordar às sete horas? 50 languages fünfunddreißig trinta e cinco am flughafen no aeroporto ich möchte einen flug nach Athen buchen eu quero marcar un voo para Athenas ist das ein direkt flug? é un voo direto? bitte einen fenster platz nicht raucher un lugar na janela non fumante por favor ich möchte meine reservierung bestätigen eu quero confirmar a reserva ich möchte meine reservierung stornieren eu quero cancelar a minha reserva ich möchte meine reservierung um buchen eu quero trocar a minha reserva wann geht die nächste machine nach rome quando sai o próximo avião para roma sind noch zwei plätze frei ainda tem dois lugares nein wir haben nur noch einen platz frei não só temos um lugar disponível wann landen wir quando aterriss aremos wann sind wir da quando chegaremos wann fährt ein bus ins stadt centrum quando sai un ônibus para o centro da cidade ist das ihr koffer esta é a sua mala ist das ihre tasche esta é a sua bolsa ist das ihr gepäck esta é a sua bagagem wie viel gepäck kann ich mit nehmen quanta bagagem posso levar 20 kilo 20 kilos was nur 20 kilo o que só 20 kilos 50 languages 36 36 öffentlicher nahverkehr transporte publico wo ist die bus haltestelle onde é o ponto do ônibus welcher bus fährt ins Zentrum qual é o ônibus que vai para o centro welche linie muss ich nehmen qual é a linha que tenho de apanhar muss ich umsteigen tenho de mudar wo muss ich umsteigen onde tenho de mudar was kostet ein fahrschein quanto custa uma passagem wie viele haltestellen sind es bis zum Zentrum quantas paradas são até ao centro sie müssen hier aussteigen você tem que descer aqui sie müssen hinten aussteigen você tem que descer por wann fährt die letzte u-bahn quando é o último metrô wann fährt die letzte straßen bahn quando sai o último bonde wann fährt der letzte bus quando sai o último ônibus haben sie einen fahrschein você tem uma passagem einen fahrschein nein ich habe keinen uma passagem não tenho dann müssen sie eine strafe zahlen então você tem que pagar uma multa fifty languages siebenunddreißig trinta e sete unterwegs no caminho er fährt mit dem motorrad ele vai de moto er fährt mit dem fahrrad ele vai de bicicleta er geht zu fuß ele vai a pé er fährt mit dem schiff ele vai de navio er fährt mit dem boot ele vai de barco er schwimmt ele vai a nado ist es hier gefährlich é perigoso aqui ist es gefährlich allein zu trampen é perigoso pedir carona sozinho ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen é perigoso passear sozinho a noite wir haben uns verfahren nos perdemos no caminho we sind auf dem falschen weg estamos no caminho errado wir müssen um kehren temos que voltar wo kann man hier parken onde se pode estacionar gibt es hier einen park platz ha un estacionamento aqui wie lange kann man hier parken quanto tempo se pode estacionar aqui fahren sie ski você esquia fahren sie mit dem skilift nach oben você usa o teleférico para cima kann man hier ski leihen pode se alugar es quis aqui 50 languages 38 38 im taxi no taxi rufen sie bitte ein taxi por favor chame un taxi was kostet es bis zum bahn hof quanto custa até a estação was kostet es bis zum flughafen quanto custa até ao aeroporto bitte gerade aus em frente por favor bitte hier nach rechts aqui a direita por favor por favor por favor bitte dort an da ecke nach links naquela esquina à esquerda por favor espere um momento por favor ich bin gleich zurück eu já volto bitte geben sie mir eine quittung por favor dem me um recibo ich habe kein klein geld eu não tenho troco es stimmt so der rest ist für sie está certo assim fahren sie mich zu dieser adresse leve mich a este endereço fahren sie mich zu meinem hotel leve mich ao meu hotel fahren sie mich zum strand leve mich à praia fifty languages noinundraißig trinta e nove autopanne avaria do wo ist die nächste tankstelle und fika o próximo posto de gasolina ich habe einen platten estou com pneu furado können sie das rad wechseln pode trocar o pneu ich brauche ein paar liter diesel preciso de alguns litros de diesel ich habe kein benzin mehr eu não tenho mais gasolina haben sie einen reserve canister você tem um galão wo kann ich telefonieren onde posso telefonar ich brauche einen abschlepp dienst eu preciso de um reboque ich suche eine werkstatt estou procurando uma oficina es ist ein unfall passiert wo ist das nächste telefone onde é o próximo telefone público haben sie ein handy bei sich você tem um celular wir brauchen hilfe nós precisamos de ajuda rufen sie einen arzt chame um médico rufen sie die polizei chame a polícia ihre papiere bitte os seus documentos por favor ihren führerschein bitte a sua carteira de motorista por favor ihren kfz schein bitte os documentos do carro por favor o o copyright goethe verlag fifty languages kostenlose audiokurse für viele sprachen bitte besuchen sie www.fifty languages .com 40 40 nach dem Weg fragen perguntar o caminho entschuldigen sie desculpe können sie mir helfen você pode me ajudar wo gibt es hier ein gutes restaurant onde há um bom restaurante gehen sie links um die ecke vire à esquerda na esquina gehen sie dann ein stück gerade aus depois siga in frente por un tempo gehen sie dann hundert meter nach rechts Wie komme ich zum Fußballstadion? Überqueren Sie die Brücke. Fahren Sie durch den Tunnel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Am besten Sie nehmen die U-Bahn. Es ist besser, Sie holen den Metrö. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Gehe bis zur letzten Station. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 41 41 Orientierung Orientação Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Onde é o posto de turismo? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Você tem um mapa para mim? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Eu posso reservar um quarto de hotel aqui? Wo ist die Altstadt? Onde é o centro histórico? Wo ist der Dom? Onde é a Catedral? Wo ist das Museum? Onde é o Museu? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Onde se pode comprar selos? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Onde se pode comprar flores? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Onde se pode comprar passagens? Wo ist der Hafen? Onde é o Porto? Wo ist der Markt? Onde é o Mercado? Wo ist das Schloss? Onde é o Palácio? Wann beginnt die Führung? Quando começa a visita guiada? Wann endet die Führung? Quando acaba a visita guiada? Wie lange dauert die Führung? Quanto tempo demora a visita guiada? Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ist der Markt sonntags geöffnet? Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo mittwochs geöffnet? Hat das Museum donnerstags geöffnet? Hat die Galerie freitags geöffnet? Darf man fotografieren? Muss man Eintritt bezahlen? Wie viel kostet der Eintritt? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Was für ein Gebäude ist das? Wie alt ist das Gebäude? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? Wer hat das Gebäude gebaut? Ich interessiere mich für Architektur. Ich interessiere mich für Kunst. Ich interessiere mich für Malerei. Ich interessiere mich für Pinture. Fifty Languages Dreiundvierzig Quarenta und Träs Im Zoo No Jardin Zoológico Dort ist der Zoo Alli é o Jardin Zoológico Dort sind die Giraffen Alli estão as Girafas Wo sind die Bären? Onde estão os Ursos? Wo sind die Elefanten? Onde estão os Elefanten? Wo sind die Schlangen? Onde estão as Cobras? Wo sind die Löwen? Onde estão os Leões? Ich habe einen Fotoapparat Ich habe eine Filmkamera Ich habe auch eine Filmkamera Onde estão os cangurus? Wo sind die Nashörner? Onde estão os rinocerontes? Wo ist eine Toilette? Onde tem um banheiro? Dort ist ein Café. Ali tem um Café. Dort ist ein Restaurant. Ali tem um Restaurante. Wo sind die Kamele? Onde estão os camelos? Wo sind die Gorillaz und die Zebras? Onde estão os gorillaz e as zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Onde estão os tigres e os crocodilos? Fifty Languages Vierundvierzig Quarenta e quatro Abends ausgehen Sair à noite Gibt es hier eine Discotec? Tem uma Discoteca aqui? Gibt es hier einen Nachtclub? Tem um Clube Noturno aqui? Gibt es hier eine Kneipe? Tem um Bar aqui? Was gibt es heute Abend im Teater? O que há hoje à noite no Teatro? Was gibt es heute Abend im Kino? O que há hoje à noite na Televisão? Gibt es noch Karten fürs Theater? Ainda tem ingressos para o Teatro? Gibt es noch Karten fürs Kino? Ainda tem ingressos para o Cine? Gibt es noch Karten fürs Fußballspiel? Ainda tem ingressos para o Jogo de Futebol? Ich möchte ganz hinten sitzen Eu quero me sentar atrás Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen Eu quero me sentar num lugar no meio Ich möchte ganz vorn sitzen Eu quero me sentar à frente Können Sie mir etwas empfehlen? Puede me recomendar alguma coisa? Wann beginnt die Vorstellung? Quando começa o Espetáculo? Können Sie mir eine Karte besorgen? Puede me arranjar un ingresso? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz? Tem aqui perto un campo de Golf? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz? Tem aqui perto un campo de Tennis? Ist hier in der Nähe ein Hallenbad? Tem aqui perto uma piscina coberta? Fifty Languages Fünfundvierzig Quarenta e Cinco Im Kino No Cinema Wir wollen ins Kino Nós queremos ir ao Cinema Heute läuft ein guter Film Hoje tem um bom filme em cartaz Der Film ist ganz neu O filme é um lançamento Wo ist die Kasse? Onde fica a bilheteria? Gibt es noch freie Plätze? Ainda tem lugares? Was kosten die Eintrittskarten? Quanto custam os Ingressos? Wann beginnt die Vorstellung? Quando começa a Sessão? Wie lange dauert der Film? Quanto tempo demora o filme? Kann man Karten reservieren? Pode-se reservar Ingressos? Ich möchte hinten sitzen Ich möchte hinten sitzen Ich möchte vorne sitzen Ich möchte in der Mitte sitzen Der Film war spannend O filme foi emocionante Der Film war nicht langweilig O filme não foi cansativo Aber das Buch zum Film war besser Mas, o livro do filme foi melhor Wie war die Musik? O que achou da Musik? Wie waren die Schauspieler? O que achou dos atores? Gab es untertitel in englischer Sprache? Havia legendas em inglês? Fifty Languages Sechsundvierzig Quarenta e Seis In der Diskothek Na Diskotheca Ist dieser Platz hier frei? Este lugar aqui está livre? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Posso mich sentar aqui? Gern Com muito prazer Wie finden Sie die Musik? O que acha da Musik? Ein bisschen zu laut Um pouco barulhenta demais Aber die Band spielt ganz gut Mas, o grupo toca bem Sind Sie öfter hier? Você vem muitas vezes aqui? Nein Das ist das erste Mal Não É a primeira vez Ich war noch nie hier Nunca estive aqui Tanzen Sie? Você dança? Später vielleicht Talvez mais tarde Talvez mais tarde Ich kann nicht so gut tanzen Eu não danço muito bem Das ist ganz einfach É bem fácil Ich zeige es Ihnen Eu ti mostro Nein Lieber ein anderes Mal Não Obrigado Obrigada Talvez outra vez Warten Sie auf jemand? Espera por alguém? Ja Auf meinen Freund Sim Espero pelo meu namorado Da hinten kommt er Ali vem ele Fifty Languages Siebenundvierzig Quarenta e sete Reisevorbereitungen Preparações de viagem Du musst unseren koffer packen Você tem que fazer a nossa mala Du darfst nichts vergessen Você não pode esquecer de nada Du brauchst einen großen koffer Você precisa de uma mala grande Vergiss nicht den reisepass Não esqueça o passaporte Vergiss nicht das Flugticket Não esqueça a passagem Vergiss nicht die reisechecks Não esqueça os cheques de viagem Nimm Sonnencreme mit Leve o creme solar Nimm die Sonnenbrille mit Leve os óculos de sol Nimm den Sonnenhut mit Leve o chapéu de sol Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Você quer levar um mapa de estradas? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Você quer levar um guia? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Você quer levar um guarda-chuva? Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken Lembre-se das Calças, das Camisas e das Meias Denk an die Kravatten, die Gürtel, die Sakos Lembre-se das Gravatas, dos Cintos e dos Casacos Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts Lembre-se dos Pijamas, das Camisas de Dormir Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere Você precisa de lenços, sabão e um cortador de unhas Du brauchst einen Cam, eine Zahnbürste und Zahnpasta Du brauchst einen Cam, eine Zahnbürste und Zahnpasta Du brauchst einen Camm, eine Zahnbürste und Zahnpasta Du brauchst einen Silber, eine Zahnbürste und Zahnpasta Fifty Languages Achtundvierzig Quarenta y oito Urlaubsaktivitäten Atividades de Ferias Ist der Strand sauber? A praia é limpa Kann man dort baden? Puede-se tomar banho ali? Ist es nicht gefährlich dort zu baden? Não é perigoso tomar banho ali? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Puede-se alugar un Chapeu de Sol aquí? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Puede-se alugar una cadeira de repouso aquí? Kann man hier ein Boot leihen? Puede-se alugar un barco aquí? Ich würde gern surfen Ich würde gern tauchen Eu gostaria de mergulhar Ich würde gern Wasserski fahren Eu gostaria de fazer eski aquático Kann man ein Surfbrett mieten? Pode-se alugar una pranzha de surf? Can man eine Taucherausrüstung mieten? Puede-se alugar un Equipamento de Mergulho? Kann man Wasserschier mieten? Ich bin erst Anfänger. Ich bin mittelgut. Ich kenne mich damit schon aus. Wo ist der Schi-Lift? Onde está o teleférico? Você trouxe os esquís? Você trouxe as botas de esqui? Fifty Languages Noinunfirzig Quarenta e nove Sport Esportes Treibst du Sport? Você pratica esporte? Ja, ich muss mich bewegen. Sim, eu preciso me exercitar. Ich gehe in einen Sportverein. Eu frequento um clube esportivo. Wir spielen Fußball. Nois jogamos bola. Manchmal schwimmen wir. Às vezes vamos nadar. Oder wir fahren Rad. Ou nós vamos andar de bicicleta. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Também tem uma piscina con sauna. Und es gibt einen Golfplatz. Und es gibt um campo de golf. Was gibt es im Fernsehen? O que tem na televisão? Gerade gibt es ein Fußballspiel. No momento há um jogo de futebol. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. A equipe alemã joga contra a equipe inglesa. Wer gewinnt? Quem está ganhando? Ich habe keine Ahnung. Não faço ideia. Im Moment steht es unentschieden. No momento está empatado. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. O árbitro é da Belgica. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Agora houve um Pénalty. Tor! 1 zu 0. Gol! 1 a 0. 50 Languages 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 55 55 55 55 55 55 56 57 56 57 58 57 ¿Hast du eine Badehose? ¿Hast du einen Badeanzug? Kannst du schwimmen? Kannst du tauchen? Kannst du ins Wasser springen? Você sabe saltar na água? Wo ist die Dusche? Onde está o chuveiro? Wo ist die Umkleidecabine? Onde estão os vestiários? Wo ist die Schwimmbrille? Onde estão os óculos de natação? Ist das Wasser tief? A água é funda? Ist das Wasser sauber? A água está limpa. Ist das Wasser warm? A água está quente. Ich friere. Estou com frio. Das Wasser ist zu kalt. A água está fria demais. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Eu vou sair da água. 50 Languages Eu quero ir à Bibliotheca. Ich will in die Buchhandlung. Ich will in die Buchhandlung. Eu quero ir à Livraria. Ich will zum Kiosk. Eu quero ir ao Kiosk. Ich will ein Buch leihen. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Ich will in die Bibliothek. Ich will zum Supermarkt. Eu quero ir ao Supermercado. Ich will zum Bäcker. Eu quero ir ao Padeiro. Ich will eine Brille kaufen. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will zum Optiker um eine Brille zu kaufen. Ich will zum Supermarkt um Obst und Gemüse kaufen. Ich will zum Supermarkt um Brötchen und Brot kaufen. Fifty Languages Zweiundfünfzig Im Kaufhaus Gehen wir an ein Kaufhaus? Ich muss Einkäufe machen. Ich will viel einkaufen. Wo sind die Büroartikel? Onde estão os Artigos de Escritório? Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Eu preciso de Canetas e de Pincéis Atomicos. Wo sind die Möbel? Onde estão os Móveis? Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Ich brauche einen Schrank und ein Regal. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche einen Fussball und ein Schachspiel. Ich brauche eine Puppe und ein Schrank. Wo ist das Werkzeug? Onde estão os Ferramentas? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Eu preciso de un Anel e de uns Brinkos. Clearright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.fiftylanguages.com 53 Geschäfte Lojas Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Apotheke. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine 사�buch. Wir suchen eine Kette. Nous duschst und ein Bet oppression. Wir suchen einen Jaguar werden. Ich arbeite von ein Foto. Ich suche ein Büro Ich suche eine keine Kette. Ich suche eine Kette. Ich suche eine Kette. Ich suche eine Kette. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Fifty Languages 54 Einkaufen Ich möchte ein Geschenk kaufen. Ich möchte ein Geschenk kaufen. Aber nichts allzu teures. Aber nichts allzu teures. Vielleicht eine Handtasche. Talvez uma Bolsa. Welche Farbe möchten Sie? Que cor você quer? Schwarz, braun oder weiß. Preto, castanho ou branco. Eine große oder eine kleine. Darf ich diese mal sehen? Posso ver esta? Ist die aus Leder? Esta é de couro? Oder ist die aus Kunststoff? Ou é de Plástico? Aus Leder, natürlich. Claro que é de couro. Das ist eine besonders gute Qualität. Isto é de boa Qualidade. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Die gefällt mir. Gosto dela. Die nehme ich. Levo esta. Kann ich die eventuell umtauschen? Podia trocala eventualmente? Selbstverständlich. Con certeza. Wir packen sie als Geschenk ein. Dort drüben ist die Kasse. Ali, do outro lado, fica o caixa. 50 Languages 55 55 Arbeiten Trabalhar Was machen Sie beruflich? In que você trabalha? Mein Mann ist Arzt von Beruf. O meu marido trabalha como médico. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Eu trabalho em meio período como enfermeira. Bald bekommen wir rente. Em breve receberemos a aposentadoria. Aber die Steuern sind hoch. Mas os impostos são elevados. Und die Krankenversicherung ist hoch. Y o seguro de saúde é elevado. Was willst du einmal werden? O que você quer ser no futuro? Ich möchte ingeniueur werden. Eu quero ser engenheiro. Ich will an der Universität studieren. Ich bin praktikant. Eu sou estagiário. Ich verdiene nicht viel. Eu não ganho muito. Ich mache ein praktikum im Ausland. Eu estou fazendo um estágio no exterior. Das ist mein Chef. Este é o meu patrão. Ich habe nette Kollegen. Eu tenho colegas simpáticos. Mittags gehen wir immer in die cantine. Na hora do almoço, vamos sempre à cantina. Ich suche eine Stelle. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. In diesem Land gibt es zu viele arbeitslose. Neste país, há desempregados demais. Fifty Languages Sechsunfünfzig Cinquanta e seis Gefühle Sentimentos Lust haben Ter vontade Wir haben lust Nós temos vontade Wir haben keine lust Nós não temos vontade Angst haben Ter medo Ich habe Angst Eu tenho medo Ich habe keine Angst Eu não tenho medo Zeit haben Ter tempo Er hat Zeit Ele tem tempo Er hat keine Zeit Langeweile Estar com fome Estar com fome Estar com fome Sie haben keinen Durst Eles não estão com sede 50 Languages 50 Languages Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Ich habe einen Termin um 10 Uhr. Wie ist Ihr Name? Qual ist Ihr Name? Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Aguarde in der Sala der Esperen. Der Arzt kommt gleich. Der Arzt kommt gleich. Wo sind Sie versichert? Qual ist Ihr Plan de Saúde? Was kann ich für Sie tun? In welchem ich Sie es útil ist? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Wo tut es weh? Onde dói? Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Tire a parte de cima de sua roupa. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Der Blutdruck ist in Ordnung. A pression arterial está boa. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ich gebe Ihnen eine Rezept für die Apotheke. Fifty Languages Achtundfünfzig Cinquenta y oito Körperteile Membros do Corpo Ich zeichne einen Mann. Estou desenhando un homem. Zuerst den Kopf. Primero a cabeza. Der Mann trägt einen Hut. O homem tem un Chapeu. Die Haare sieht man nicht. Não se ve o cabelo. Die Ohren sieht man auch nicht. Também não se veien as orelhas. Den Rücken sieht man auch nicht. As costas também não se veien. Ich zeichne die Augen und den Mund. Eu desenho os olhos y a boca. Der Mann tanzt und lacht. O homem dança y sorri. Der Mann hat eine lange Nase. O homem tem un nariz muito comprido. Er trägt einen Stock in den Händen. Ele leva uma Bengala nas mãos. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Ele também leva un cachecol no pescoço. Es ist Winter und es ist kalt. Es ist inverno und es ist frio. Die Arme sind kräftig. Os braços são fortes. Die Beine sind auch kräftig. As pernas também são fortes. Der Mann ist aus Schnee. O homem é de neve. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Ele não leva calças, nenhum casaco. Aber der Mann friert nicht. Mas o homem não está com frio. Er ist ein Schneemann. Ele é um homem de neve. Fifty Languages 59 59 Im Postamt Nos Correios Wo ist das nächste Postamt? Onde é o Correio mais próximo? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? É longe, até o Correio mais próximo? Wo ist der nächste Briefkasten? Onde é a caixa de Correio mais próxima? Ich brauche ein paar Briefmarken. Eu preciso de alguns selos. Für eine Karte und einen Brief. Para um Postal e uma Carta. Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Quanto é o selo para os Estados Unidos? Wie schwer ist das Paket? Quanto pesa o pacote? Kann ich es per Luftpost schicken? Posso mandá-lo por Correio aéreo? Wie lange dauert es bis es ankommt? Quanto tempo leva para chegar? Wo kann ich telefonieren? Onde posso telefonar? Wo ist die nächste Telefoncele? Onde é a cabine telefónica mais próxima? Haben Sie Telefonkarten? Você tem cartões de telefone? Haben Sie ein Telefonbuch? Você tem uma lista telefónica? Kennen Sie die vorwahl von Österreich? Você sabe o indicativo para a Austria? Einen Augenblick. Ich schau mal nach. Um momento. Vou ver. Die leitung ist immer besetzt. A linha está sempre ocupada. Welche Nummer haben Sie gewählt? Que número você discou? Sie müssen zuerst die Null wählen. Primeiro, tem que discar zero. Fifty languages. Sechzig. Sessenta. In da bank. No banco. Ich möchte ein conto eröffnen. Eu quero abrir uma conta. Hier ist mein pass. Aqui está o meu passaporte. Und hier ist meine adresse. E aqui está o meu endereço. Eu quero ir buscar o extrato da conta. Ich möchte einen Reisescheque einlösen. Eu quero trocar um cheque de viagem. Wie hoch sind die Gebühren? Qual é a taxa? Wo muss ich unterschreiben? Onde eu tenho que assinar? Estou esperando uma transferência bancária da Alemanha. Aqui está o número da minha conta. Aqui está o número da minha conta. Ist das Geld angekommen? O dinheiro chegou? Ich möchte dieses Geld wechseln. Gostaria de trocar este dinheiro. Ich brauche US-Dollar. Eu preciso de dólares americanos. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Por favor, me dê notas pequenas. Gibt es hier einen Geldautomat? Aqui tem um banco 24 horas. Wie viel Geld kann man abheben? Quanto dinheiro se pode sacar? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Quais os cartões de crédito que se podem usar? Fifty Languages Einundsechzig Sessenta-i-un Ordinalzahlen Números ordinais Der erste Monat ist der Januar. O primeiro mês é Janeiro. Der zweite Monat ist der Februar. O segundo mês é Fevereiro. Der dritte Monat ist der März. O terceiro mês é Março. Der vierte Monat ist der April. O quarto mês é Abril. Der fünfte Monat ist der Mai. O quinto mês é Maio. Der sechste Monat ist der Juni. O sexto mês é Junho. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Seis meses são meio ano. Januar, Februar, März. Janeiro, Fevereiro, Março. Abril, Mai und Juni. Abril, Mai und Junho. Der siebte Monat ist der Juli. O sétimo mês é Julio. Der achte Monat ist der August. O oitavo mês é Agosto. Der neunte Monat ist der September. O nono mês é September. Der zehnte Monat ist der Oktober. O décimo mês é Outubro. Der elfte Monat ist der November. O décimo primeiro mês é Novembro. Der zwölfte Monat ist der Dezember. O décimo segundo mês é Dezembro. Zwölf Monate sind ein Jahr. Doze meses são um ano. Juli, August, September. Julio, Agosto, September. Oktober, November und Dezember. Outubro, Novembro und Dezembro. 50 Languages 62 62 Fragen stellen 1 Fazer perguntas 1 Lernen Aprender Lernen die Schüler viel? Os alunos aprenden muito? Nein, sie lernen wenig. Não, aprenden pouco. Fragen Perguntar Fragen sie oft den Lehrer? Você faz muitas perguntas ao professor? Nein, ich frage ihn nicht oft. Não, não lhe pergunto muitas vezes. Antworten Responder Antworten sie bitte. Responda, por favor. Ich antworte. Eu respondo. Arbeiten Trabalhar Trabalhar Arbeitet er gerade? Ele está trabalhando. Ja, er arbeitet gerade. Sim, ele está trabalhando. Kommen Wir Chegar Vem Vem Ja, wir kommen gleich. Sim, já vamos Wohnen Morar 50 Languages 50 Languages 63 63 63 Fragen stellen 2 Fazer perguntas 2 Ich habe Ich habe ein Hobby Eu Tenho Un Hobby Ich Spiele Tennis Eu Jogo Tennis Wo ist ein Tennisplatz? Onde ha un Campo de Tennis? Tennis Du ein Hobby? Você tem un Hobby? Ich spiele Fußball Eu jogo Futebol Wo ist ein Fußball Platz? Onde ha un campo de Futebol? Mein Arm tut weh Meu braço está doendo Mein Fuß und meine Hand tun auch weh Também estão doendo o meu pé e a minha mão Wo ist ein Doktor? Onde tem un médico? Ich habe ein Auto Eu tenho un carro Ich habe auch ein Motorrad Também tenho uma moto Wo ist ein Parkplatz? Onde ha un parque de estacionamento? Ich habe einen Pullover Também tenho uma blusa de frio Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans Também tenho un Casaco y umas Calças Jeans Wo ist die Waschmaschine? Onde está a máquina de lavar? Ich habe einen Teller Ich habe ein Messer eine Gabel und einen Löffel Ich habe eine faca und eine colher Wo sind Salz und Pfeffer? Onde estão o sal und a pimenta? Fifty Languages 64 64 Verneinung 1 Negação 1 Ich verstehe das Wort nicht Ich verstehe den Satz nicht Ich verstehe die Bedeutung nicht Der Lehrer O Professor Verstehen Sie den Lehrer? Você entende o Professor? Ja Ich verstehe ihn gut Sim Eu o entendo bem Die Lehrerin A Professora Verstehen Sie die Lehrerin? Você entende a Professora? Ja Ich verstehe sie gut Sim Eu a entendo bem Die Leute As Pessoas Verstehen sie die Leute? Você entende as Pessoas? Nein Ich verstehe sie nicht so gut Não Eu não as entendo muito bem Die Freundin Amiga Haben sie eine Freundin? Você tem uma amiga? Ja Ich habe eine Sim Tenho uma Die Tochter A Filha Haben sie eine Tochter Você tem uma filha? Nein Ich habe keine Não Eu não tenho Ist der Ring teuer? O anel é caro? Nein, er kostet nur 100 Euro. Não, ele só custa 100 Euro. Aber ich habe nur 50. Mas eu só tenho 50. Bist du schon fertig? Você já acabou? Nein, noch nicht. Não, ainda não. Aber gleich bin ich fertig. Mas logo terei acabado. Möchtest du noch sopa? Você quer mais sopa? Nein, ich will keine mehr. Não, eu não quero mais. Aber noch ein Eis. Você quer mais um sorvete? Wohnst du schon lange hier? Você já mora aqui há muito tempo? Nein, erst einen Monat. Não, só há um mês. Aber ich kenne schon viele Leute. Mas ja conheço muitas pessoas. Fährst du morgen nach Hause? Você vai para casa amanhã? Nein, erst am Wochenende. Não, só no fim de semana. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Mas já volto no domingo. Ist deine Tochter schon erwachsen? A sua filha já é adulta? Não, ela só tem dezessete anos. Mas já tem um namorado. 50 Languages 66 66 Possessiv pronomen 1 Pronomes possessivos 1 Ich, mein Eu, meu, minha Ich finde meinen Schlüssel nicht. Eu não encontro a minha chave. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Eu não encontro a minha passagem. Du, dein Você, seu Sua Hast du deinen Schlüssel gefunden? Você encontrou a sua chave? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Você encontrou a sua passagem? Er, sein Ele, dele Weißt du wo sein Schlüssel ist? Você sabe onde está a chave dele? Weißt du wo seine Fahrkarte ist? Você sabe onde está a passagem dele? Sie, ihr Ela, dela Ihr Geld ist weg. O dinheiro dela desapareceu. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. E o cartão de crédito dela Também desapareceu. Wir Unser Nos Nosso Nossa Unser Opa Ist krank. O Nosso Avô Está Doente Unsere Oma Ist Gesund A Nossa Avô Está De Saúde Ihr Euer Vos Vosso Vossa Kinder Wo ist Euer Vati? Vos Vos Meninos Onde Está O Vosso Pai? Kinder Wo Ist Eure Mutti? Meninos Onde Está A Vossa Mãe? Fifty Languages Seben 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 Und Sechzig Sessenta Isete Possessiv Pronomen Zwei Pronomes Possessivos Dois Die Brille Os Os Óculos Er Hat Seine Brille Vergessen Ele Se Esqueceu Dos Seus Óculos Wo Wo Hat Er Den Seine Brille Onde É Que Ele Deixou Os Seus Óculos Die Uhr O Relógio Seine Uhr Ist Caput O Seu Relógio Está Quebrado Die Uhr Hängt An Der Wand O Relógio Está Pendurado Na Parede Der Pass O Passaporte Er Hat Seinen Pass Verloren Ele Perdeu O Seu Passaporte Wo Hat Er Den Seinen Pass Onde É Que Ele Guarda O Seu Passaporte Sie Ihr Ela Sua Seu Suas Seus Die Kinder Können Ihre Eltern Nicht Finden As Crianças Non Poden Encontrar Os Seus Pais Aber Da Kommen Ja Ihre Eltern Mas Ali Venn Os Seus Pais Sie Ihr Elis Sua Seu Suas Seus Wie war Ihre Reise, Herr Müller? Como foi a sua viagem, Sr. Müller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Onde está a sua esposa, Sr. Müller? Sie Ihr Onde está o seu marido, Sr. Schmidt? Onde está o seu marido, Sr. Schmidt? Onde está o seu marido, Sr. Schmidt? Der Elefant Der Elefant ist groß O Elefante é grande Die Maus ist klein O Rato é pequeno Dunkel und hell Escuro y claro Die Nacht ist dunkel A noite é escura Der Tag ist hell O dia é claro Alt und jung Velho y joven Unser Großvater ist sehr alt O nosso O nosso avô é muito velho Vor 70 Jahren war er noch jung A 70 anos ele ainda era joven schön schön und hässlich Bonito y feio Der Schmetterling ist schön A Borboleta é bonita Die Spinne ist hässlich A Aranha é feia Dick und dünn Gordo y magro Eine Frau mit 100 Kilo ist dick Uma mulher con 100 Kilos é gorda Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn Un homem con 50 Kilos é magro Teuer und billig Caro y barato Das Auto ist teuer Un carro é caro Die Zeitung ist billig O Jornal é barato 50 Languages 69 69 Brauchen Wollen Precisar Querer Ich brauche ein Bett Ich will schlafen Gibt es hier ein Bett Ich brauche eine Lampe Ich will lesen Ich will lesen Gibt es hier eine Lampe Ich brauche ein Telefon Ich brauche ein Telefon Ich will telefonieren Ich will telefonieren Gibt es hier ein Telefon Ich brauche eine Kamera un E-Mail Gibt es hier einen Computer Ich brauche einen Kuli Ich 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 will etwas schreiben Ich will schreiben es 書 cualquier coisa Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli Hier ist ein Papier und eine Kanette. Fifty Languages Siebzig Setenta Etwas mögen Möchten Sie rauchen? Möchten Sie tanzen? Möchten Sie spazieren gehen? Ich möchte rauchen. Möchtest du eine Zigarette? Er möchte Feuer. Er möchte etwas trinken. Eu quero beber alguma coisa. Ich möchte etwas essen. Eu quero comer alguma coisa. Ich möchte mich etwas ausruhen. Eu quero descansar um pouco. Ich möchte Sie etwas fragen. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Ich möchte Sie um etwas bitten. Eu quero lhe pedir um favor. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Eu quero convidá-lo para alguma coisa. Was möchten Sie bitte? O que deseja, por favor? Möchten Sie einen Kaffee? Deseja un café? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Ou prefere un chá? Wir möchten nach Hause fahren. Queremos ir para casa. Möchtet ihr ein Taxi? Vocês queren un Taxi? Sie möchten telefonieren. Eles queren telefonar. Fifty Languages Einundsiebzig Setenta yun Etwas wollen Querer Querer Qualquer Coisa Was Wollt ihr? O que Vocês Queren Fazer? Wollt ihr Fußball Spielen? Vocês Queren Jogar Bola? Wollt ihr Freunde Besuchen? Vocês Queren Visitar Amigos? Wollen Querer Desejar Gostar Ich will Nicht Spät Comen Eu Não Quero Chegar Tarde Ich Will Nicht Hingehen Eu Não Quero Ir Ich Will Nach Hause Gehen Eu Quero Ir Para Casa Ich Will Zu Hause Bleiben Eu Quero Ficar Em Casa Ich Will Allein Sein Eu Quero Ficar Sozinho Willst Du Hier Bleiben Você Quer Ficar Aqui Willst Du Hier Essen Você Quer Comer Aqui Willst Du Hier Schlafen Você Quer Dormir Aqui Wollen Sie Morgen Abfahren Você Quer Partir Amanhã Wollen Sie Bis Morgen Bleiben Você Quer Ficar Até Amanhã Wollen Sie Die Rechnung Erst Morgen Bezahlen Você Quer Pagar A Conta Só Amanhã Wollt In Die Disco Você Quer Ir A Discoteca Wollt Ir Ins Kino Você Quer Ir Ao Cinema Wollt Ir Ins Café Você Quer Ir Ao Café 50 Languages Kostenlose Audiokurse Für Viele Sprachen Bitte Besuchen Sie www.50languages.com 72 72 Etwas müssen Ter Ter De Fazer Qualquer Coisa Müssen Ter De Ich Muss Dem Brief Verschicken Tenho De Mandar A Carta Ich Muss Das Hotel Bezahlen Tenho De Pagar O Hotel Du Must Früh Aufstehen Du Musst viel Arbeiten Du Musst Pünktlich Sein Er Musst Tanken Er Musst Das Auto Reparieren Er Musst Das Auto Waschen Sie Musst Einkaufen Er Musst Die Wohnung Putzen Sie Musst Die Wäsche Waschen Ela Tem Que Lavar A Roupa Wir Müssen Gleich Zur Schule Gehen Logo A Seguir Temos De Ir A Escola Wir Müssen Gleich Zur Arbeit Gehen Logo A Seguir Temos De Ir Al Trabalho Wir Müssen Gleich Zum Arzt Gehen Logo A Seguir Temos De Ir Al Med ico Ihr Müsst Auf Den Bus Warten Ihr Müsst Auf Den Zug Warten Ihr Müsst Auf Das Taxi Warten 50 Languages 73 73 Etwas dürfen Poder Qualquer Coisa Darfst Du Schon Auto Fahren Darfst Du Schon Alkohol Trinken Darfst Du Schon Allein Ins Ausland Fahren Você Ja Pode Viajar Soz In Para O Ex Ter Dürfen Poder Dürfen Wir Hier Rauchen Podemos Fum Ar Aqui Darf Man Hier Rauchen Pode Se Fum Ar Aqui Darf Man Mit Kredit Karte Bez Allen Pode Se Pagar Com Cartão De Crédito Darf Darf Mit Check Bezahlen Pode Se Pagar Com Cheque Darf Man Nur Bar Bezahlen So Se Pode Dorm Dorm No Par No Er Darf Nicht Im Auto Schlafen Er Er Darf Nicht Im Bahnhof Schlafen Er Darf Im Bahnhof Schlafen Dürfen Wir Platz Nehmen Pod Dürfen Dürfen Wir Die Speise Karte Haben Pod Dürfen Wir Getrennt Zahlen Pod Podemos Pagar In Separado Fifty Languages Fierundsiebzig Setenta yquatro Um Etwas Bitten Pedir Alguma Coisa Können Sie Mir Die Haare Schneiden Você Pode Cortar O Meu Cabelo Nicht Zu Kurz Bitte Não Muito Curto Por Favor Etwas Kürzer Bitte Un Pouco Mais Curto Por Favor Können Sie Die Bilder Entwickeln Você Pode Revelar Fotografias Die Fotos Sind Auf Der CD As Fotografias Estão No CD Die Fotos Sind In Da Kamera As Fotografias Estão Na Kamera Können Sie Die Uhr Reparieren Você Pode Concertar O Relógio Das Glas Ist Kaputt A Lente Está Quebrada Die Batterie Ist Leer A Batteria Está Descarregada Können Sie Das Hemd Bügeln Você Pode Passar O Ferro Na Camisa Können Sie Die Hose Reinigen Você Pode Lavar As Calças Können Sie Die Schuhe Reparieren Você Pode Concertar Os Zapatos Können Sie Mir Feuer Geben Você Tem Fogo Haben Sie Streichhölzer Oder Ein Feuerzeug Você Tem Phosphorus Ou Un Isqueiro Haben Sie Einen Aschenbecher Você Ten Un Sinzeiro Rauchen Sie Zigarren Você Fuma Charutos Rauchen Sie Zigaretten Você Fuma Cigarros Rauchen Sie Pfeife Você Fuma Cachimbo Fifty Languages Fumfun Siebzig Setenta e Cinco Etwas Begründen Eins Justificar Qualquer Coisa Warum Commen Sie Nicht Por Que Você Não Vem Das Wetter Ist So Schlecht O Tempo Está Tão Mal Ich Komme Nicht Weil Das Wetter So Schlecht Ist Eu Não Vou Porque O Tempo Está Tão Mal Warum Kommt Er Nicht Por Que Ele Não Vem Er Ist Nicht Eingeladen Ele Não É Convidado Er Kommt Nicht Weil Er Nicht Eingeladen Ist Ele Não Vem Porque Não É Convidado Warum Comst Du Nicht Por Que Você Não Vem Ich Habe Keine Zeit Eu Ich Komme Nicht Weil Ich Keine Zeit Habe Eu Não Vou Porque Não Ten Tempo Warum Bleibst Du Nicht Por Que Você Não Fica Ich Muss Noch Arbeiten Ainda Tenho Que Trabalhar Ich Bleibe Nicht Weil Ich Noch Arbeiten Muss Eu Não Fico Porque Ainda Tenho Que Trabalhar Warum Gehen Sie Schon Por Que Você Já Vai Ich Bin Müde Eu Estou Con Sono Ich Gehe Weil Ich Müde Bin Eu Vou Porque Estou Con Sono Warum Fahren Sie Schon Por Que Você Já Vai Es Ist Schon Spät Já É Tarde Ich Fahre Weil Es Schon Spät Ist Eu Vou Porque Já É Tarde 50 Languages 76 76 Etwas Begründen 2 Justificar Qualquer Coisa 2 Warum Bist Du Nicht Gekommen Por Que Você Não Veio Ich War Krank Eu Estava Doente Ich Bin Nicht Gekommen Weil Ich Krank War Eu Non Vim Porque Estava Doente Warum Ist Sie Nicht Gekommen Er Hatte Keine Lust Er Ist Nicht Gekommen Weil Er Keine Lust Hatte Er Ist Gekommen Weil Er Keine Lust Hatte Warum Seid Ihr Nicht Gekommen Unser Auto Ist Kaputt Wir Sind Nicht Gekommen Weil Unser Auto Kaputt Ist Nås 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 Nå Viemos Purke Nås 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 Karro Kebrou Warum Sind Die Leute Nicht Gekommen Purke É Que As Pessoas Nå Vier On Sie Haben Den Zug Verpasst Elas Perderan O Tren Sie Sind Nicht Gekommen Weil Sie Den Zug Verpasst Haben Elas Nå Vier On Porke Perderan O Tren Warum Bist Du Nicht Gekommen Porke Você Nå Veio Ich Durfte Nicht Nå Pude Ich Bin Nicht Gekommen Weil Ich Nicht Durfte Eu Nå Vim Porke Nå Pude Fifty Languages Siebenundsiebzig Setenta Etwas Begründen Drei Justificar Qualquer Coisa Três Warum Essen Sie Die Torte Nicht Porke Que Nå Come A Torta Ich Muss Abnehmen Eu Tenho Que Emagrecer Ich Esse Sie Nicht Weil Ich Abnehmen Muss Eu Não A Como Porque Tenho Que Emagrecer Warum Trinken Sie Das Bier Nicht Porke Nå Bebe A Cerveja Ich Muss Noch Fahren Eu Tenho Que Dirigir Ich Trinke Es Nicht Weil Ich Noch Fahren Muss Eu Não Bebo Porque Ainda Tenho Que Dirigir Warum Trinkst Du Den Kaffee Nicht Porke Non Bebe Kaffee Kaffee Er Ist Kalt Ele Está Frio Ich Trinke Ihn Nicht Weil Er Kalt Ist Eu Não Bebo Porque Está Frio Warum Trinkst Du Den Tee Nicht Porke É Que Não Bebe O Chá Ich Habe Keinen Zucca Ich Trinke Ihn Nicht Weil Ich Keinen Zucca Habe Eu Não Bebo Porque Não Tenho Azucca Warum Essen Sie Die Suppe Nicht Porke Não Toma Sopa Ich Habe Sie Nicht Bestellt Ich Esse Sie Nicht Weil Ich Sie Nicht Bestellt Habe Eu Não A Como Porque Não A Bedi Warum Essen Sie Das Fleisch Nicht Porke É Que Não Come A Carne Ich Bin Vegetarier Eu Sou Vegetariano Ich Esse Es Nicht Weil Ich Vegetarier Bin Eu Não A Como Porque Sou Vegetariano 50 Languages 78 Adjektive 1 Adjetivos 1 1 Alte Frau 1 Mulher Velha 1 Dicke Frau 1 Mulher Gorda 1 Neugierige Frau 1 Mulher Curiosa 1 Neuer Wagen 1 Un Carro Novo 1 Schneller Wagen 1 Carro Rápido 1 Bequemer Wagen 1 Carro Confortável 1 Blaues Kleid 1 Vestido Azul 1 Rotes Kleid 1 Vestido Vermelho 1 Grünes Kleid 1 Vestido Verde 1 Schwarze Tasche 1 Mala Preta 1 Braune Tasche 1 Mala Marron 1 Weisse Tasche 1 Mala Branca Nette Leute Pessoas Sympaticas Höfliche Leute Pessoas Ben Educadas Interessante Leute Pessoas Interessantes Liebe Kinder 50 Languages 50 Languages 79 79 79 Adjektive 2 Adjetivos 2 3 Ich habe ein Blaues Kleid An Eu Estou Usando Un Vestido Azul Ich Habe ein Rotes Kleid An Eu Estou Usando Un Vestido Vermelho Ich Habe ein Grünes Kleid An Eu Estou Usando Un Vestido Verde Ich Kaufe Eine Schwarze Tasche Estou Comprando Uma Bolsa Preta Ich Kaufe Eine Braune Tasche Estou Comprando Uma Bolsa Marron Ich Kaufe Eine Weiße Tasche Estou Comprando Uma Bolsa Branca Ich Brauche Einen Neuen Wagen Ich Preciso De Un Car Novo Ich Brauche Einen Schnellen Wagen Ich Preciso De Un Car Rápido Ich Brauche Einen Bequemen Wagen Ich Preciso De Un Car Confort Da Oben Wohnt Eine Alte Frau Ali En Cima Mora Uma Mulher Velha Da Oben Wohnt Eine Dicke Frau Ali Encima Mora Uma Mulher Gorda Da Unten Wohnt Eine Neugierige Frau Ali Embaixo Mora Uma Mulher Curiosa Unsere Gäste Waren Nette Leute Unsere Gäste Waren Pessoas Simpáticas Unsere Gäste Waren Höfliche Leute Unsere Gäste Waren Pessoas Bem Educadas Unsere Gäste Waren Interessante Leute Os Nossos Convidados Eram Pessoas Interessantes Ich habe Liebe Kinder Aber Die Nachbarn Haben Freche Kinder Mas Os Vizinhos Têm Crianças Mal Comportadas Sind Ihre Kinder Brav? As Suas Crianças São Bem Comportadas? Fifty Languages Achtzig Oitenta Adjektive Drei Adjektivos Tres Sie hat einen Hund Ela tem un Cão Der Hund ist Groß Sie hat einen großen Hund Ela tem un Cão grande Sie hat ein Haus Das Haus ist klein Sie hat ein kleines Haus Haus wohnt in einem Hotel Das Hotel ist billig Er wohnt in einem billigen Hotel barato Er hat ein Auto Er hat ein Auto Das Auto ist teuer Er hat ein teures Auto Er liest einen Roman Der Roman ist langweilig Er liest einen langweiligen Roman Sie sieht einen Film Der Film ist spannend Sie sieht einen spannenden Film Ela vê un filme excitante Fifty Languages Ein und ach oitenta yun Vergangenheit eins Passado un Schreiben Escrever Er schrieb einen Brief Ele escreveu una carta Und sie schrieb eine Karte Y ella escreveu un postal Lesen Leer Er las eine Illustrierte Ele leu una revista Und sie las ein Buch Y ella leu un libro Nehmen Pegar Er nahm eine Zigarette Ele pegou un cigarro Sie nahm ein Stück Schokolade Ela pegou un pedaço de chocolate Er war untreu aber sie war treu Er war infiel mas ela foi fiel Er war faul aber sie war fleißig Er war arm aber sie war reich Er hatte kein Geld sondern Schulden Er hatte kein Glück sondern Pech Er hatte keinen Erfolg sondern Misserfolg Er war nicht zufrieden sondern unzufrieden Er war nicht glücklich sondern unglücklich Er war nicht simpatic sondern unsympathisch Er war sympathisch sondern antipathisch 50 languages 82 Vergangenheit 2 Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du den Arzt rufen? Musstest du die Polizei rufen? Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Ele foi pontual? Ele não pôde ser pontual. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Ele achou o caminho? Ele não podia achar o caminho. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Er konnte mich nicht verstehen. Ele te entendeu? Ele não podia me entender. Entender. Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Er konnte nicht pünktlich kommen. Warum konntest du ihn nicht verstehen? Por que é que você não podia entender? Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste das Radio ausschalten. Fifty Languages 83 Vergangenheit 3 Passat 3 Telefonieren Telefonar Ich habe telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Fragen Perguntar Ich habe gefragt. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Erzählen Contar Ich habe erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Lernen Aprender Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Verarbeitern Trabalhar Ich habe gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Essen Ich habe gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Fifty Languages 84 Vergangenheit 4 Lesen Ler Ich habe gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Verstehen Entender Ich habe verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Antworten Responder Ich habe geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich habe das geschrieben. 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 Ich habe das gehört. 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 Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich kaufe das. Ich habe das erwartet. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Perguntas. Passado um. Wie viel haben Sie getrunken? Quanto você bebeu? Wie viel haben Sie gearbeitet? Quanto você trabalhou? Wie viel haben Sie geschrieben? Quanto você escreveu? Wie haben Sie geschlafen? Quanto você dormiu? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Como foi de exame? Wie haben Sie den Weg gefunden? Como encontrou o caminho? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? 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 Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Onde haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie gegessen? O que você comeu? Was haben Sie erfahren? O que você vivenciou? Wie schnell sind Sie gefahren? A que velocidade foi? Wie lange sind Sie geflogen? Quanto tempo voou? Wie hoch sind Sie gesprungen? A que altura saltou? Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 86 86 Fragen Vergangenheit 2 Perguntas Passado 2 Welche Krawatte hast du getragen? Que Gravata você usou? Welches Auto hast du gekauft? Que carro você comprou? Welche Zeitung hast du abonniert? Que Jornal você assinou? Wen haben Sie gesehen? Quem você viu? Wen haben Sie getroffen? Quem você encontrou? Wen haben Sie erkannt? Quem você reconheceu? Wann sind Sie aufgestanden? Quando você se levantou? Wann haben Sie begonnen? Quando você começou? Wann haben Sie aufgehört? Quando você terminou? Warum sind Sie aufgewacht? Porquê é que acordou? Warum sind Sie Lehrer geworden? Porquê é que se tornou professor? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Porquê é que pegou um Taxi? Woher sind Sie gekommen? De onde você veio? Wohin sind Sie gegangen? Para onde você foi? Wo sind Sie gewesen? Onde você esteve? Wem hast du geholfen? A quem você ajudou? Wem hast du geschrieben? Para quem você escreveu? Wem hast du geantwortet? Para quem você respondeu? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages 87 87 Vergangenheit der Modalverben 1 Passado dos Verbos Modais 1 Wir mussten die Blumen gießen Tivemos de regar as flores Wir mussten die Wohnung aufräumen Tivemos de arrumar o apartamento Wir mussten das Geschirr spülen Tivemos de lavar a louça Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Vocês tiveram de pagar a conta? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Vocês tiveram de pagar a entrada? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Vocês tiveram de pagar uma multa? Wer musste sich verabschieden? Quem é que teve que se despedir? Wer musste früh nach Hause gehen? Quem é que teve que ir para casa cedo? Wer musste den Zug nehmen? Quem é que teve que pegar o trem? Wir wollten nicht lange bleiben Wir wollten nichts trinken Wir wollten nicht stören Ich wollte eben telefonieren Ich wollte ein Taxi bestellen Ich wollte nämlich nach Haus fahren Ich wollte nämlich nach Haus fahren Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen Eu pensei que você queria telefonar para as informações Ich dachte, du wolltest eine pizza bestellen Eu pensei que você queria pedir uma pizza 50 Languages 88 Vergangenheit der Modalverben 2 Passado dos verbos modais 2 Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen O meu filho não queria brincar com a boneca Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen A minha filha não queria jogar bola Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen A minha mulher não queria jogar xadrez comigo Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen Os meus filhos não queriam passear Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen Eles não queriam arrumar o quarto Sie wollten nicht ins Bett gehen Eles não queriam ir para a cama Er durfte kein Eis essen Ele não podia comer gelado Er durfte keine Schokolade essen Ele não podia comer Schokolade Er durfte keine Bonbons essen Ele não podia comer Bonbons Ich durfte mir etwas wünschen Eu podia desejar qualquer coisa Ich durfte mir ein Kleid kaufen Eu podia comprar um vestido Ich durfte mir eine Praline nehmen Eu podia tirar um chocolate Durftest du im Flugzeug rauchen? Você podia fumar no avião? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Você podia beber cerveja no hospital? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Você podia levar o cão para o hotel? In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben Nas Ferias as crianças podiam ficar na rua até tarde Sie durften lange im Hof spielen Elas podiam jogar muito tempo no patio Sie durften lange aufbleiben Elas podiam ficar acordadas até tarde Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com Du bist so faul Sei doch nicht so faul Você é tão preguiçoso Não seja tão preguiçoso Du schläfst so lang Schlaf doch nicht so lang Você dorme até muito tarde Não durma até tão tarde Du kommst so spät Komm doch nicht so spät Você vem tão tarde Você vem tão tarde Não venha tão tarde Du lachst so laut Lach doch nicht so laut Você ri tão alto Não ria tão alto Du sprichst so leise Sprich doch nicht so leise Você fala tão baixo Du trinkst zu viel Trink doch nicht so viel Você bebe demais Não beba tanto Du rauchst zu viel Rauch doch nicht so viel Você fuma demais Não fume tanto Du arbeitest zu viel Arbeite doch nicht so viel Você trabalha demais Não trabalhe tanto Du fährst so schnell Fahr doch nicht so schnell Você vai tão depressa Não vá tão depressa Stehen Sie auf, Herr Müller Levante-se, Sr. Müller Setzen Sie sich, Herr Müller Sente-se, Sr. Müller Bleiben Sie sitzen, Herr Müller Fique sentado, Sr. Müller Haben Sie Geduld Tenha paciência Nehmen Sie sich Zeit Vá con calma Warten Sie einen Moment Espere un momento Seien Sie vorsichtig Tenha cuidado Seien Sie pünktlich Seja puntual Seien Sie nicht dumm Não seja estúpido Bitte besuchen Sie www.book2.de Für Bücher und Texte 50 Languages 90 90 90 Imperativ 2 Imperativo 2 Rasier Dich FASSA A BARBA WASCH DICH TOME UN BANHO LAVE-SE KÄM DICH PENTEI SE RUF AN RUFEN SIE AN LIGA LIGE FANG AN FANGEN SIE AN COMÉSI HÖR AUF HÖREN SIE AUF PARI LAS DAS LASEN SIE DAS DEIXI ISSU SAG DAS SAGEN SIE DAS DIGA ISTO KAUF DAS KAUFEN SIE DAS COMPRI ISTO SAI NIE UNEHERLICH NUNCA SEJA DESONESTO SAI NIE FRECH NUNCA SEJA ATREVIDO SAI NIE UNHÖFLICH NUNCA SEJA MAU EDUCADO SAI IMMER ERLICH SEJA SEMPRI HONESTO SAI IMMER NETT SEJA SEMPRI SIMPATICO SAI IMMER HÖFLICH SEJA SEMPRI BEN EDUCADO KOMMEN SIE GUT NACH HOUS PASSEN SIE GUT AUF SICH AUF TOMMEN CUIDADO BESUCHEN SIE UNS BALD WIEDER VOLTE A NUS VISITAR EN BREEV Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 91 91 Nebensätze mit DAS 1 ORAÇÃO SUBORDINADA CON QUE 1 Das Wetter wird vielleicht morgen besser O TEMPO TALVÈS MELHORI AMANHAN Woher wissen Sie das? Como sabe isso? Ich hoffe, dass es besser wird Eu espero que melhore Er kommt ganz bestimmt Ele vem, con certeza Ist das sicher? Con certeza Ich weiß, dass er kommt Eu sei que ele vem Er ruft bestimmt an Ele con certeza vai telefonar Wirklich? Verdade? Ich glaube, dass er anruft Eu acredito que ele vai telefonar Der Wein ist sicher alt O VINHO É VELHO Con CERTEZA Wissen Sie das genau? Sabe isso con certeza? Ich vermute, dass er alt ist Eu suponho que seja velho Unser Chef sieht gut aus O NOSSO CHEF Está con bon aspecto Finden Sie? Você acha? Ich finde, dass er sogar Sehr gut aussieht Der Chef hat bestimmt Eine Freundin O Chef Con certeza TEN UMA NAMORADA Glauben Sie wirklich? Acha mesmo? Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 92 Nebensätze Nebensätze mit das Zwei Oração subordinada Con que Dois Es ärgert mich, dass du schnarchst Irrita-me, quando você ronca Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst Irrita-me, quando você bebe tanta cerveja Es ärgert mich, dass du so spät kommst Irrita-me, quando você chega tão tarde Ich glaube, dass er einen Arzt braucht Eu acho que ele precisa de un médico Ich glaube, dass er krank ist Ich glaube, dass er jetzt schläft Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet Wir hoffen, dass er viel Geld hat Wir hoffen, dass er Millionär ist Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist Es freut mich, dass sie gekommen sind Es freut mich, dass sie Interesse haben Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe Ich habe keinen Geld mit mir mit mir Ich bin nicht mehr Geld Nebensätze mit ob Oração subordinada com si Ich weiß nicht ob er mich liebt. Ich weiß nicht ob er zurückkommt. Ich weiß nicht ob er mich anruft. Ich weiß nicht ob er mich anruft. Ob er mich wohl liebt. Ob er wohl zurückkommt. Ob er mich wohl anruft. Ich frage mich ob er an mich denkt. Ich frage mich ob er eine andere hat. Ich frage mich ob er lügt. Ob er wohl an mich denkt. Ich frage mich ob er mir schreibt. Ich frage mich ob er mich anruft. Ich frage mich ob er mich anruft. Ich frage mich ob er mich anruft. Ob er mich wohl wirklich mag. Ich frage mich ob er mich anruft. Ob er mich wohl heiratet? 94 Konjunktionen 1 Warte bis der Regen aufhört. Warte bis ich fertig bin. Warte bis er zurückkommt. Ich warte bis meine Haare trocken sind. Ich warte bis der Film zu Ende ist. Ich warte bis die Ampel grün ist. Wann fährst du in Urlaub? Noch vor den Sommerferien? Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Präparier das Dach bevor der Winter beginnt. Wasch deine Hände bevor du dich an den Tisch setzt. Schließ das Fenster bevor du rausgehst. Wann kommst du nach Hause? Nach dem Unterricht? Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er rich geworden. Fünfundneunzig Fünfundneunzig Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit ihr heirat? Seit ihr heirat? Desde o seu casamento? Ja, sie arbeitet nicht mehr seitdem sie geheiratet hat. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Wann telefoniert sie? Während der Fahrt? Ja, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ela ouve Musik, enquanto faz as suas tarefas. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Eu não vejo nada, quando estou sem óculos. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Eu não entendo nada, quando a música está muito alta. Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe. Eu não sinto cheiro nenhum, quando estou gripado. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Nós vamos pegar um Taxi, se chover. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Nós vamos fazer uma viagem ao redor do mundo, quando ganharmos na Loteria. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Nós vamos começar a comer, se ele não vier daqui a pouco. 50 Languages 96 96 Konjunktionen 3 Konjunção 3 Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Eu me levanto logo, quando o despertador toca. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Eu fico com sono, quando tenho de estudar. Ich höre auf, zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Eu vou parar de trabalhar, quando fizer 60 anos. Wann rufen Sie an? Quando vai telefonar? Sobald ich einen Moment Zeit habe. Quando tiver um pouco de tempo. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Ele vai telefonar, quando tiver um pouco de tempo. Wie lange werden Sie arbeiten? Quanto tempo vai trabalhar? Ich werde arbeiten, solange ich kann. Eu vou trabalhar, enquanto puder. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Eu vou trabalhar, enquanto estiver com boa saúde. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Ele fica na cama, em vez de trabalhar. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Ela lê o jornal, em vez de cozinhar. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Ele está no bar, em vez de ir para casa. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Pelo que eu sei, ele mora aqui. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Pelo que eu sei, a sua mulher está doente. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Pelo que eu sei, ele está desempregado. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Eu adormeci, senão teria sido pontual. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual. 50 Languages Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Ele adormeceu, mesmo com a televisão ligada. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Ele ainda ficou, mesmo já sendo tarde. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro. Der Fernseher war an, trotzdem ist er eingeschlafen. A televisão estava ligada, mesmo assim ele adormeceu. Es war schon spät, trotzdem ist er noch geblieben. Já era tarde, mesmo assim ele ainda ficou. Wir hatten uns verabredet, trotzdem ist er nicht gekommen. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim ele não veio. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Er hat keinen Führerschein. Ele não tem carteira de habilitação, mesmo assim ele dirige. Die Straße ist glatt, trotzdem fährt er so schnell. A rua está escorregadia. Mesmo assim ele vai depressa. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Ele está bêbado. Mesmo assim ele vai de bicicleta. Ele não encontra emprego, mesmo tendo estudado. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Ele não vai ao médico, mesmo tendo dores. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Ela estudou. Mesmo assim ela não encontra emprego. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Ela tem dores. Mesmo assim ela não vai ao médico. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim ela compra um carro. Fifty Languages Achtunneunzig Noventaioito Doppelte Konjunktionen Konjunção dupla Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. A viagem foi bonita, mas muito cansativa. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. O tren foi pontual, mas muito cheio. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. O hotel era confortável, mas muito caro. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Ele pega o ônibus ou o tren. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã. Ele mora conosco ou no hotel. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Ele fala tanto Espanhol quanto Inglês. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Ela morou tanto in Madrid quanto in Londres. Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Ela não é só bonita, mas também inteligente. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Ele não fala só Alemão, mas também francês. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Eu não toco nem Piano nem Gitarra. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Eu não sei dançar nem a Valsa nem o Samba. Ich mag weder Oper noch Ballett. Eu não gosto nem de Opera nem de Ballet. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora. Je älter man wird, desto bequemer man wird. Quanto mais velho você fica, mais confortável você é. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com Die Katze meiner Freundin O Gato da Minha Amiga Der Hund meines Freundes O Cão do meu Namorado Die Spielsachen meiner Kinder Os Brinquedos dos meus Filhos Das ist der Mantel meines Kollegen Este é o Casaco do meu Colega Das ist das Auto meiner Kollegin Este é o Carro da Minha Colega Das ist die Arbeit meiner Kollegen Este é o Trabalho dos meus Colegas Der Knopf von dem Hemd ist ab O Botão da Camisa caiu Der Schlüssel von der Garage ist weg A chave da garagem desapareceu Der Computer vom Chef ist kaputt O computador do Chef quebrou Wer sind die Eltern des Mädchens? Quem são os pais da moça? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Como chego à casa dos seus pais? Das Haus steht am Ende der Straße A casa está no fim da rua Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Como se chama a capital da Suíça? Wie heißt der Titel von dem Buch? Qual é o título do livro? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Como se chamam os filhos dos vizinhos? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Quando são as férias da escola das crianças? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Quais são os horários de consulta do médico? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Quais são os horários de abertura do Museu? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Já esteve em Berlin alguma vez? Nein, noch nie Não, nunca Jemand, niemand Alguém, ninguém Kennen Sie hier jemand? Conhece aqui alguém? Nein, ich kenne hier niemand Nein, ich kenne hier niemand Não, não conheço aqui ninguém Noch, nicht mehr Um pouco mais Mais não Bleiben Sie noch lange hier? Ainda fica muito tempo aqui? Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier Não, eu não fico muito mais tempo aqui Noch etwas Nichts mehr Mais alguma coisa Mais nada Möchten Sie noch etwas trinken? Quer beber alguma coisa? Nein, ich möchte nichts mehr Nein, ich möchte nichts mehr Não, eu não quero mais nada Schon etwas Noch etwas Noch nichts Já Alguma coisa Ainda não Nada Haben Sie schon etwas Haben Sie schon etwas gegessen? Já comeu alguma coisa? Nein, ich habe noch nichts gegessen Não, eu ainda não comi nada Noch jemand? Niemand mehr Mais alguém? Ninguém mais Möchte noch jemand einen Kaffee? Mais alguém quer um Kaffee? Nein, niemand mehr Não, ninguém mais quer um Kaffee